Seit über 50 Jahren verbindet man den Namen Gerke mit Sprechanlagen und professionellen Lösungen für sicherheitsrelevante Gebäudekommunikation. Gerke entwickelt und fertigt in Deutschland und setzt als erstes Unternehmen neuronale Kommunikationsmethoden und serverlose Systeme in der Sicherheitstechnik ein. Guten Tag, ich bin Harald Weber und möchte Ihnen heute eine neue Form der Kommunikations- und Sicherheitstechnik im Umfeld von Gebäuden und kritischer Infrastruktur vorstellen. Wie sind solche Sprachkommunikationssysteme in aller Regel aufgebaut? Alle Systeminformationen werden an einer zentralen Stelle gehalten und gespeichert. Also die Zentrale weiß alles. Die Endgeräte, die Teilnehmer oder Sprechstellen sind in der Regel nicht intelligent und von der Zentrale abhängig. Oder eine andere Frage, was ist, wenn die Zentrale ausfällt? Stellen Sie sich vor, wir würden ganz ohne Zentrale auskommen. Und statt dummer Endgeräte würden kluge, intelligente Einheiten ein Netzwerk bilden und bis zu 9000 dieser Neuro-Units können Ihnen in einem Netzwerk miteinander kommunizieren. Alles, was wir dazu brauchen, ist ein klassisches Datennetzwerk, was TCP-IP verarbeiten kann. Aus heutiger Sicht eine absolute Standardinfrastruktur. Grundsätzlich bringt eine solche Neuro-Unit neben einem selbstentwickelten Betriebssystem folgende Fähigkeiten mit. Sie setzt sich mit Lautsprecher, Mikrofon, Eingangsbefehlen, Ausgangskontakten, Tastaturen, Kameras und der Netzwerkkommunikation auseinander. Und als Betriebsspannung wird lediglich PoE, also Power over Ethernet, benötigt. Ebenfalls in den heutigen Netzwerktechniken ein üblicher Standard. Interessant ist hierbei, dass jede Neuro-Unit ihre eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten speichert und mit an Bord hat. Bei Verlust, Ausfall oder Zerstörung kann also nie das Gesamtsystem gefährdet werden. Und so können Neuro-Units in der Praxis aussehen. So, oder so, oder so. Es gibt eine ganze Serie an Tisch- und Einbaugeräten für alle möglichen Anforderungen. Vom einfachen Büro über Türen, Reihenraum, OP-Sprechstellen bis hin zu Zellenkommunikationseinrichtungen für Polizei, JVAs oder Notfallsprechsysteme. Da Neurocom IP keine zentrale Servereinheit besitzt, ist Neurocom ganz einfach. Einfach ohne Lizenzanmeldungen. Einfach zu planen, zu installieren und zu erweitern. Einfach mit anderen Kommunikationssystemen kombinierbar, denn jede Neurocom-Einheit ist SIP-kompatibel. Einfach über eine Web-Oberfläche administrierbar und mit bis zu 9000 möglichen Neuro-Unit-Modulen einfach in allen Branchen einsetzbar. Also, machen Sie es sich einfach mit Neurocom IP von Gerke. Untertitelung des ZDF, 2020